Jetzt ist Familie Spears auch noch dick im Film-Business. Pop-Prinzessin und Möchtegern-Schauspielerin Britney und ihre ehrgeizige Mama Lynn produzierten jetzt ihren ersten eigenen Streifen. Die beiden casteten dafür selbst Schauspielerinnen, nahmen die Talente richtig unter die Lupe und Britney bespaßte die Mädels sogar. Ich unterstütze die Mädchen, indem ich mit ihnen spreche und lache, damit sie sich wohlfühlen. Ja, und Britney staunte, was für gute Stimmen die Mädels doch haben. Vielen Dank.